ich habe meine errifizierer leise gemacht ja leise das ist ja leise aber leise herzlich willkommen zu einem ganz kleinen video wir gehen mal wieder in die werkstatt denn ich bin gerade an meinem vertikutierer dran für den verti drehen habe ich hier einen neuen auspuff gekauft das ist ein auspuff von der vespa vom roller ziemlich fettes teil weil er war ja so tierisch laut dieser diese maschine dieser alte kubota motor mit dem verti drehen hinten dran mit dem erifizierwerk hinten dran und ja das muss leiser werden deswegen habe ich mal geguckt kriege ich einen auspuff der passt hier ziemlich gut ran habe ich hier schon mit zwei halterungen ran gefummelt und jetzt muss ich hier das rohr abschneiden und hier durch zwischen dem tank muss ich hier durch zum auslass zum motor auslass und das basteln wir jetzt viel spaß entstehen die perfekten streifen das ist hier der alte auspuff die nicht abgeschraubt habe der saß hier dran und guck dir meinen unterschied das ist der neue auspuff und das ist der alte auspuff und ich hoffe jetzt dass mit diesem neuen auspuff die maschine deutlich leiser ist der motor deutlich leiser läuft jetzt muss ich hier diesen flansch das muss ich hier diesen flansch absägen an der richtigen stelle muss mal gucken wahrscheinlich genau hier oder da ja diesen auspuff natürlich ganz günstig bei ebay geschossen habe jetzt hier schon so eine aufnahme gebaut hier oben ist ein blech unter die schrauben gesetzt und hier hinten noch so eine und blech streifen angebaut da sitzt schon richtig gut jetzt brauche ich den tank wieder ab erstmal will ich hier wahrscheinlich ja ich muss mal gucken ich jetzt hier am besten reinkomme ich werde hier das rohr abschneiden direkt hier an dieser komischen beschichtung wahrscheinlich und dann muss ich hier zwischen tank und diesem gehäuse durch ich habe jetzt hier so verschiedene rohrstücke gekauft die weiß ich dann mal gucken dann verschneide ich ihn kann ich auch darauf schneiden auch nicht schlecht vielleicht doch hinter dem knick dadurch dann verschneide ich ihn jetzt mal hier ab da kann ich runter fallen jetzt habe ich den so geht jetzt kürzer meine ich der geht jetzt da runter ach da muss ich doch ein bisschen da reinziehen da 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 ja 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 Das ist gut. Okay, it scoots. So, a bit of a bit here. So, a bit of a bit here. So, a bit of a bit. 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 So, 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 a bit. a bit. So, a bit. a bit. a bit. So, a bit. a bit. So, a bit. So, a bit. a bit. So, a bit. a bit. So, 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 a bit. So. So, a bit. So. 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 Das ist der helle Wahnsinn. Das ist 50% leiser. Das ist aber schon ein Riesenunterschied. Das ist ja höllenlaut. Klar ist er nicht lautlos. Nein, kann er ja nicht. Er hat einen fetten Motor drauf. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.